30-Tage-Trenn-Challenge! Gym-Anfänger baut 15 Kilo Muskelmasse auf! Oder nicht? Der Trenn-Beauftragte der Faserschau, Professor Dr. Rühl, kam zu dem Ergebnis, dass hier kein Trenn im Spiel ist, sondern die Transformation durch Ruby-Gains und einen Pump erzielt wurde. Eine Prognose des Experten stellt nun in Aussicht, dass die Anzahl der sogenannten Fake-Stoffer rapide ansteigen und die Fake-Nettys bald komplett ersetzen wird, weil es 2023 sehr Sigma-Grindset ist, Trenn zu nehmen. Werde auch du ein Fake-Stoffer, indem du heute noch mit Code Simon bei ESN 20% auf alle sparst, um wie ein Trenn-Goblin auszusehen.